hallo folge vier meine folge ist gerade online gestellt wurden ja ich glaube die leute haben keine lust auf uns warum sie die lust auf uns haben die wissen dass sie an uns in michael sterben werden warum hast du jetzt eigentlich nicht in voll der roma gefunden heute warum bin ich im server ich bin auf ihm vorbeigelaufen also an ihm vorbeigelaufen so aber er ist halt nicht im server ich brauche mal obi direkt auf ja das ist das oh du hast eine deer gepickt falls ich will da keine lava einmal in der camp ich glaube wir werden kein deer finden obwohl du hast ein deer gefunden zwei ideas gefunden okay du bist so geil wenn du jetzt auch noch mal zwei ideas findest haben wir über ein end da muss ich erst mal zwei ideas findest du was mir ist irgendein kampfjet alter warum woher da ist irgendein such hubschrauber draußen ehrlich was suchen die deine ehre ist für den kind gestorben alter total ich hasse kinder schon mal so mein haus nicht dass das dein haus dann alles alles alle vier stockwerke sind das ich hab dir das das reicht muss ich hab 3 ds zeig mal zeig mal zeig mal unsere ballhuts das gibt es doch so mal hast du recht 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 totes war rotes drauf wenn er mich jetzt du musst jetzt du musst jetzt was ich habe jetzt was und du musst jetzt geht schreiben ich frage was für ein teamtap hier haben ich will rap oh habe ich jetzt Bock auf einen rap lugas hat mich schon auch Lust auf einen rap ja ja tagesmorgen für montag hast du einen tag haben wir morgen nicht nein ehrlich hä das heißt die halbe woche sind schon wieder vorbei nach morgen gefühlt ja ne mann ferien sind so kurz also da muss man wieder arbeiten nee nicht arbeiten entschuldigen NEEIN fuck das mich ab vielleicht nicht morgen wieder arbeiten aber 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 freitags firetag was machst du an halloween mit wem mit mir das ist ein guter Grund dass ich mich in die Ecke trinke ich trinke in die Ecke von meinem Haus guck mal als du gehst in dein dritter Stock das ist ja quasi so eine Ecke die hat noch niemand gesehen ich jetzt führe sag ehrlich gibt es so Orte in deinem Haus die noch nie gesehen hast Nö ich sag bei dir so du also da gibts so Räume du 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 Nein, ich bin nicht 1.000, ich bin, äh, ich bin 1.500. Minus 1.700. Plus 1.500. Minus 700 plus 1.500. Was war best du? Ah ja, schluss. Ich bin gerade gebausbehemd von 5 verschiedene Skeletten. Ich bin fast tot, da? Noch nicht. Ich bin fast tot, da habe ich schon 2.500 verloren. Was? Du warst schon 20.500. Meine Rüstung. Ohne Rüstung wäre ich schon mittlerweile fünfmal tot. Also real, real, real. Ohne Rüstung wäre ich schon, da habe ich schon mal verdammt. Oh, ich bin in irgendein Extrem-Health-Drag-Speerum, ich bin nur Androids. Also ich habe kein Food mehr. Bist du Afrikaner? Ich bin nicht tot. Also für real, real, kein Food mehr. Ja, ich habe auch kein Food mehr. Nein, das wird nur die ganzen Blüten. Ja, ich habe dir aber verloren irgendwann mal. Nice. Ja, bist du hoch geht Food Farm? Hast du dir wirklich verloren? Ja. Weißt du? Ich traule nicht. Gut, weißt du. Ich traule. Aber ich habe trotzdem nicht so viel Food an sich. Ich habe Du bist ein Stack Food. Ja. Du bist zu Kommazinier, Digga. Ja, sag mal. Schreib mal kurz in den Chat. Nee, das ist für 400 und 1.000. Nicht immer noch. Nee, das ist für 400 und 1.200. 1.100. Bei mir hätte ich... Oh mein Gott. Okay, ich weiß, wo der Weg ist. Was? Bei mir ist was looted. Jemand hat hier mit Fakern gebohrt. Alter. Der ist aber gutes Zeichen. Das heißt, dass ich kein guter Spieler, der da ist. Zero run. Nein! Wie laut. Ich werde mir jetzt einfach geradeaus Richtung von Tibon. Ich werde mir jetzt voll iron. Ich werde mich jetzt bei... Minus 500 bau ich mich jetzt hin. Dann bist du bei der anderen. Was? So, ich kann... Ich bin tot. Nein. Ich werde auf halbes Uhr heiß hochgehen, aber ich bis jetzt stehende. Ich bin... Außer hier ist unsere Äpfel. Nein. Du hättest auch ein bisschen früher sagen müssen, dass du Auto-Food gehen könntest. Aber wir wären ein bisschen zusammengeblieben. Wo bist du? Minus 700, 1450. Ich bin tot. Ich bin tot. Oh Gott. Okay. Komm mal zu mir, ist 500. Ich bin jetzt gleich bei minus 7 und 10, oder so. Es ist halt blöd so, ich bin hier mit ohne Ench und mit Iron Pick, also Iron Unenchanted. Es nervt mich, dass ich hier nicht das Team sehe auf dem Tab. Ja, das sieht man nicht. Es geht mir ganz schön auf die Sackgabe. Das muss ich jetzt nicht mal ansprechen. Oh, ich habe mich letztens rasiert und jetzt sprießen diese Sackgabe richtig wieder so hervor, weißt du, und das ist richtig ekelhaft. Ich muss einfach so was sagen. Was? Das ist auf jeden Fall richtig unangenehm. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh nein. Schaut, esshaut die eh keinen Schatz an. Wie kann ich unter einem Labasee sein? bei höhe 11 oder so diese labe sind hier ist einfach da oben auch für 14 2 die es gefunden w ich bin tatsächlich am graben aber das alles was ich gefunden habe es irgendwie halte ich jetzt so ein skelett in der urne das ist besser sterbe ja mal was das weg jetzt ist es vorbei jetzt bin ich mir unsicher ob ich das überleben werde ja bin dabei gefällt das was lucas minus 630 1400 music 30 1402 ein ticker das wird knapp klug das 1 ok halbes ja hat aufgeregt also ich habe es nie gebrannt glaube ich ja nicht du hast gerade um mein leben gepankt ich habe richtig du hast dich fast eingeschossen wir haben hier noch 550 und 1350 gleich ich bin richtig in eine Richtung gewohnt wie bitte? ich bin richtig in eine Richtung gewohnt am buddeln bist du oder so was finde ich immer an wenn man so buddelt? stein ich bin bei minus 640 1450 ich brate hier gerade ein bisschen essen habe ich dir was geben können gleich na ne nächste folge wir sind braten und enden schon wieder hoch das können wir nicht machen doch so wir können ultra viele bürgen enden wir haben nur ein paar auf 4 wir können jeden töten der one piece ist ich kann mir sogar ein tier shirt machen ich habe ich habe gold für zwei gaps ich habe einen gap ich sage wir können jeden gefilten lucas ich sage mit unserem pvps gegenherrke werde ich eh den nicht holen also auf jeden fall jeden der vom server ist ich denke besser als die sind wir eh ok ich kann mir selber enden machen noch enden mach das dann kannst du einen diaship machen ja passt oder ein helm uuuu aber ich glaube ein diaship ist eh wichtig ich würde einen diaship machen soll ich einen protbuch wrenchen? ja warum nicht ja warum nicht ey ich habe einen gang gefunden ich grabe mich mal bei diesem gang entlang äh ich lauf da jetzt den gang entlang dann komme ich den gegen der ist bei minus 600 1400 das bin ich gleich ihr kommt zu minus 550 und dann baute ich einfach Richtung äh ich bin jetzt minus 550 und 1400 äh äh hier hat sich jemand hochgesteckt äh äh was ich habe overlay von speed change ich auch warte für mich wo bist du ich glaube schon sei kurz hier ist 550.400 äh da bin ich im prinzip ich glaube ich habe es gerade bekommen oder es war gar nicht hergegangen warte mal ich grabe mich jetzt auch mal lang wo bist du genau äh minus 570 1400 ich habe ich habe gehört wie jemand abgebaut hat das war ich das war ich Level das war ich brauchst du gerade Level ab gerade nicht ne jetzt habe ich Level ab gemacht jetzt ja das muss ich ja das muss ich hier hoch nein 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 äh unsnick mal ja 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 ok das bist du ja ja bei gold hier war der Gang und hier und hier hat sich jemand hoch gebaut ja ich brauche gut ja das ist nicht das ist nicht ja ich bin da ja gib mal food hier angst irgendwas vielleicht werden wir endlich her vielleicht werden wir ja nicht gekickt wir laufen in eine eigene Richtung hast du den angst? ja ich habe den angst gerade angebracht ja na halt jetzt werden wir gekriegt weil jetzt haben wir das Overlevel nicht mehr das war's ja